Da sind sie endlich. Bayern München präsentiert den Fans nach der Rekordsaison stolz alle drei Trophäen. Petrus ist allerdings kein Bayern-Fan. Bei lausigen Neuengrad und im strömenden Regen feierten Spieler und Anhänger den historischen Dreifachtriumph. Einige 10.000 hartgesottene Fans waren dafür in die Innenstadt gekommen. Viele andere begleiteten den Bus auf dem Weg Richtung Marienplatz und auch auf dem Wagen war die Stimmung trotz des miesen Wetters gut. Ab 16.23 Uhr präsentierten sich die Fußballhelden dann auf dem Marienplatz. Bastian Schweinsteiger zeigte den Fans den DFB-Pokal. Dann kam Kapitän Philipp Lahm mit der Meisterschale. Und zuletzt Jupp Heynckes mit dem Champions-League-Pot. Und Heynckes wollte noch ein Versprechen einlösen. 1990 hatte er den Fans auf diesem Balkon etwas großspurig den Europapokal versprochen. Jetzt wollte er sein Versprechen einlösen. Der Rest war grenzenloser Jubel über das erste Triple im deutschen Männerfußball. Trotz des Münchner Dauerregens. Auf Wiedersehen. tới Dauerregend. Bis bald. Wis cries Fuh�. Alles, bis bald. Bis bald. Lamentys. Los bei den Links. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020